es hallo und herzlich willkommen YouTube bei einer weiteren Video auf meinem Kanal Eximius LP ähm ja eine weitere Runde Black Ops 2, äh nicht Black Ops 2, MW 3 ist angesagt auf der Web Hard Hand wir spielen Team Deathmatch gespielt wird der Dildogan mit der PB9S1 das ganze habe ich hier Brrrrin aufgemotzt auf Gold ooooh ah und zwar spiel ey wie nice und zwar spielen wir das ganze hier mit Schnellfeuer und erweiterten Magazine als Zweifel haben wir die 5-7 mit ich glaube gar keinen Aufsätzen ne es müssten keine Aufsätze drauf sein wir spielen wieder auf dem Apartheid wie im letzten Game warum weiß ich nicht weil ich Bock auf dieses Spiel uh okay ein SS hab ich Lauf Nein, nein 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 nein... Oh mein Gott Oh mein Gott, oh mein Gott Alter! Junge! Betteur! Lauf! Einfach nur hier hoch Wird denn da weiß jetzt einer hinter mir? Nein? Nein! Kacke! Scheiße! Ah, es ist Scherzabschluss! Aha, nice! Also ich stehe 3 zu 2, ist doch gut. Also geht doch besser, aber ist auch nicht schlecht. Kacke! Mann, ey! Ja, jetzt wieder hoch hier. Nein! Das ist doch doof. So kacke so, ey. So nach der Mutter so Okay, gut, es geht eigentlich. Ah! Scheiße! Ich da um sich, Hoden Helmut. Der Hoden Helmut, yo! Ey! Wer bist du? Ich bin der Hoden Helmut, yo! Und den hätte ich toten können, yo! Toten können, ja, ja! I'm standing five, four, six, yo! Because I am the Hoden Helmut! Yeah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na! Gute Laune! Ich campe jetzt mal! Ich campe jetzt doch nicht! Und da oben hab ich einen gesehen! Da oben hab ich einen gesehen! Nein! Fick dich! Mann, ey! Das wär so cool geworden, ey! So beide killen und so, werf das da mal rein und so. Niemand getroffen und so. Kromni, da hat jemand getötet und so. Kromni, da hat jemand getötet und so, werf das da mal rein 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 und so. Boah! 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 Voller Ladung hier, voll geladen, Action geladen und so. Liebes geht immer vor! Äh! Ne, ne, lass mal lieber! Pfff! Wuuuhuhui! Äh! Nein, 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 nein! Mh! Hoden Helmut! Haha! Das ist ein geiler Name, ey! Haha! Nein! Das ist doch doof! Haha! Nein! Das ist doch doof! So die ganze Zeit so getötet, tot, getötet, tot! Nö! Nein! Ich hab nein gesagt! Ich muss messern lernen, Alter! Ich hab noch nie gemessert, noch nie! Doch einmal, wenn die auf dem Boden liegen und so, dann messer ich die meistens. Und sonst hab ich noch nie irgendjemanden gemessert! Boah! Hätt ich auch wieder messern können! Hätt ich einfach nur so machen müssen! Siehste! Ist doch kacke so! Lass mich hier vorbei! Ey, ich steh 11 zu 15, Mann! Oh! Chill dich mal hier hinter den Balken! Okay, gut! Das hätte ich eh nicht geschafft! War hier nicht gerade einer? Ah ne, jetzt war der dabei! I was on the run team! Ah! Zu Ende! Zu Ende! Yeah! Wir haben gewonnen! Und ich sage bis gleich! Bis zur nächsten Folge! Yeah! Äh, bis in 30 Sekunden! Äh, bis gleich! Haut rein! Tschüss! Tschüss! Bis gleich! Ja! Ja! Und zwar bei Team Deathmatch auf der Map! Hm! Der Niklas spielt heute mit der Tele-O-Lan! Mit der B-P-Noll-Gerals! Hm! Mit der Aufsätze Schnellfeuer! Und er weiter der Magazine! Ja! Ja! Und so ungefähr war das! Der Niklas wird jetzt hoffen, diese Runde etwas, ähm, gechilder zu gestalten! Der Hoden-Helmut ist in unserem Team und hat einen Start da gemacht! Pfff! 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 Äh! Und der Hoden-Helmut rennt jetzt als Sniper durch die Gegend! Und nicht nur der Hoden-Helmut, sondern auch der, keine Ahnung wer, der X-Scope-X-E-S-N-P-S-N-D-L-N! Rennt auch als Sniper durch die Gegend! Der Hoden-Helmut natürlich auch! Jetzt versuchen wir hier mal ein bisschen die Menge aufzumischen und etwas Action hier reinzubringen! In diesem sehr actiongeladenen Computerspiel! Jetzt steht der Vater in der Tür und ich sage Hallo zu meinem Papa! Sagt der Papa Hallo zurück? Wir befinden uns nämlich gerade in einer Aufnahme! Ein Gastauftritt meines Dads! Tja, ähm, nun werden wir jetzt hier mal ein bisschen durch die Map rennen! Den Tanked Beast töten! Und hoffen, die Vorräte zu ergättern! Das hier sind Tiefflieger! Nun hat der Papa meine Tür zugemacht! Oh! Oh, wie blöd ich bin, ey! Soll ich die Tiefflieger voll verkackt werden? Äh, ich meine, jetzt habe ich wahrscheinlich die Tiefflieger voll verkackert! Nö, 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 nö! Haha! Wunderbar, ich habe die Tiefflieger verkackt! Ne, das ist in meiner Tiefflieger, wo sind die überhaupt? Keine Ahnung, wo die sind! Die sind weg, sind die! Die sind verschollen! Ich bin dort! Der deutsche Föder wurde gedeutet! Das geht so natürlich gar nicht! Das kann man so nicht akzeptieren! Komm, da waren die Tiefflieger! So! Lauf, 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 der Ballgegner! Töti! Was? 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 Nein, das ma immer,ala! Ohh. Ne, alter! Ne, 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 nö, nö! D., das akzeptig, das. Muss? Kann卻 so akzeptieren, Alter! Äh, unel! Äh, al-de, al-de, al-de! Aldo! 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 Aldo,�도 reporter! 달mar,do! Do-di-dum Do-di-da-dum Do-di-da-dum So auf dem Motto Without me, bitches Oh, wie blöd ich bin Haha Campen Ich muss jetzt ein bisschen Essen machen No, 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 no Rausholen Puh, puh, puh Wer hat die Teller kaputt gemacht? Mann, ey Immer dieser Oh Unglaublichen Menschen Nein Oh mein Gott, Alter, hab ich mich erschreckt Oh mein Gott Krass, ey, es geht ja so Das ist wie ein Fehlverhalten Das kann man doch nicht dulden Äh Kratzt Kratzerlecht Oh, Grom-Lieder Oh 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 Haha Ne, 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 ne Ne, ne, ne Da versucht er doch ernsthaft Direkt vor meiner Nase Auf die Fresse zu legen Äh Hinzulegen Mache ich natürlich Auf die Fresse legen Was denn das schon wieder für ein Verkackt Bepisster Ausdruck Eine schöne Ausdrucksweise So Nee. Ich habe Nein gesagt. Du. Arsch. Ich muss Messer lernen, Alter. Äh, Alter. Mann, ich komm, Alter, nicht klar. Boah, ey. Geh mir nicht auf die Eier. Alter. Feindliche Aufklärungsdrohne, hier sie steht. Mann. Halt, Stopp! Halt, Stopp! Ich schreibe mir eben ein OK zurück. OK. So. Man muss natürlich mit ständigem Kontakt zu seinem Kameraden bleiben! Öh! Was hab ich nicht getötet? Mann! Was ein Kack! Feindliche Auflegungsdrohne im Armflug! Kacki doch auf die feindliche Auflegungsdrohne! Jetzt ist die Auflegungsdrohne sogar online! Ey, das geht immer gar nicht! Die feindliche oder unsere? Keine Ahnung, beide! Feindliche Reind! Oh, Frette sind unterwegs! Ohlalalala! Voila, Madame de Monsieur! Herzlich willkommen in die Hölle! Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Und freue mich auf den nächsten Bart. Stein, ich sage Tschüss.